Kommen kann gekommen Kommen kann gekommen Fahren, fuhr, gefahren Fahren, fuhr, gefahren Langweilig Was ist da? Hallo! Hallo! Wir sind Kreativgruppe Magnet Kinder, heute erzählen wir euch über unsere Reise nach Deutschland Deutschland Super! Fantastisch! Toll! Im August und September 2014 Hatten wir Glück Am Schüleraustausch teilzunehmen Unser Abenteuer begann im Flughafen Unser Flug war lustig und interessant Unser Abenteuer Unser Abenteuer Unser Abenteuer Unser Abenteuer Unser Abenteuer Unser Abenteuer Deutschland ist schön Deutschland ist schön Mit seinen schönen Brüssen Und seinen schönen Zähnen Deutschland ist schön Deutschland ist schön Mit seinen schönen Tellern Und seinen schönen Tellern Die Deutschen sind Club Höflich Laufig, freundlich und lustig Und was ist eigentlich Schüleraustausch? Schüleraustausch, das sind Freunde, Feste, Sprachen, andere Kultur, Ausflüge, Hobby, Sport, Gastfamilie, Interview, was war für euch besonders interessant im Austausch? Meine Gastfamilie, tolle Ausflüge, Schmerzes, Essen, Sport, interessante Diskussionen, Super! Unsere Partnerschule, Pertolbrecht-Gymnasium in Brandenburg. Wir hospitierten, lasen Bücher, malten, trieben Sport und machten Theater im Unterricht. Und natürlich viel Deutsch. Das Jubiläumsfest im Gymnasium. Unvergesslich, unsere Gruppe Magnet sang deutsche Lieder. Wir sind Ameisen, wir schaffen wirklich viel. Wir sind Ameisen, wir haben steht ein Ziel. Ja, wir Ameisen! Und auch russische Lieder. Wopali Virioska stajala, Wopali Kudryavaya stajala, Luli Luli stajala. Mit Erfolg! Eine Schulmesse, tolle Geschenke und Souvenirs. Bilder, Fotos, Puppen, das alles haben die deutschen Schüler selbst gebastelt und verkauft. Eine tolle Idee, nicht wahr? Schüleraustausch, das ist klasse. Wir vergessen nie unsere Reise. Deutsch mit Spaß erinnern. Das ist wichtig. Nun, vorwärts zum Ziel. Liebe Kinder! Danke!